Heute präsentiere ich euch einen Audi A6 3,0 Liter Quadro aus 2015. S-Line-Paket steht für markante Stoßstangen, Seitenschweller, Alufelgen. Dieses Fahrzeug ist eine individuelle Ausstattung. Er hat nicht nur Sitzheizung, Sitzbelüftung und Massage, sondern auch ein Design, was seines Zweiten sucht. Mit diesem Metallstreben in dem Holz drin ist er schon sehr dezent und schön gemacht. Dazu hat er noch Memory-Sitze, die man hier so sieht. Und wie gesagt, vier Klimazonen und Ambiente-Belock. Die Memory-Funktion hat er auch noch Soft-Close, liebe Freunde. Richtig genial. Und auch vier Zonen-Klimaanlage, sowie Rouletten, die man hier bedienen kann, damit die Kinder schön dunkel haben. Und Bose-Sound-System, das ist ein 12-Verstärker-System mit 600 Watt und 15 Boxen. Alles im Ganzen findest du jetzt bei Auto-Alex im Angebot für 25.900 Euro. Wenn dein Interesse geweckt ist, freue ich mich auf einen Kontakt von dir. Bis dahin, dein Auto-Alex. 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 Vielen Dank.